Bürgergeld 2023, Wegfall der Zwangsverrentung ab 2023, wieder aufgehoben, dafür vier Jahre befristete Regelung bis einschließlich 2026. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die Zwangsverrentung bei vorgezogenen Altersrenten und Hartz IV war im Referentenentwurf zum Bürgergeldgesetz auf Seite 14 vom 9.8.2022 vollständig gestrichen worden. Also es gab in diesem Gesetzesentwurf eine Regelung, dass die Anwendung der Vorschriften des § 12a Satz 1 im Zusammenhang mit der Zwangsverrentung dauerhaft gestrichen werden sollten. Im nachfolgenden Gesetzesentwurf der Bundesregierung vom 14.9.2022 nun die Rolle rückwärts. Dem § 12a wird folgender Satz angefügt. Für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis zum Ablauf des 31. Dezember 2026 findet Satz 2 Nummer 1 mit der Maßgabeanwendung, dass Leistungsberechtigte nicht verpflichtet sind, eine Rente wegen Alters vorzeitig in Anspruch zu nehmen. Das bedeutet, es gibt zwar ab dem 1. Januar 2023 keine Zwangsverrentung mehr, aber diese Regelung ist befristet bis zum 31.12.2026, also für vier Jahre. Damit stellt die Bundesregierung klar, dass der Bürgergeldberechtigte innerhalb des genannten Zeitraums nicht verpflichtet werden kann, einen Rentenantrag auf eine vorgezogene Altersrente zu stellen, um dort eventuell bevorrechtigte Leistung zu erhalten. Mit Ablauf des 31.12.2026 wird die alte Regelung dann wieder gelten. Dann gibt es wieder diesen Rentenzwang. Die Abschaffung der Zwangsverrentung bei Hartz IV ist an sich eine sehr, sehr gute Sache und sollte dauerhaft erhalten bleiben. Für die Zeit der Befristung müsste die Unbilligkeitsverordnung selbstverständlich dann auch außer Kraft treten. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel